Willkommen bei Medizinmensch. Plötzlich starke Haarauswahl kann sehr beunruhigend sein. Betroffene Menschen fühlen sich oft sehr stark verunsichert und haben verständlicherweise die Befürchtung komplett alle Haare zu verlieren. Die häufigste Ursache ist das sogenannte Telogen-Effluvium. Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und in diesem Video erkläre ich, was bei Telogen-Effluvium im Körper passiert. Die Auslöser, Vermeidung und Prognose sowie Tests bei Telogen-Effluvium besprechen wir zunächst die Situation beim gesunden Haar. Gesundes Haar besteht aus etwa 100.000 einzelnen Haaren, von denen die größte Menge, etwa 90%, sich in der Wachstumsphase befinden, dem sogenannten Anergen und ein kleinerer Teil, etwa 10% in der Ruhephase, dem sogenannten Telogen. Am Ende der Ruhephase, die etwa 100 Tage andauert, fällt das Haar aus. Das ist ganz normal und das ist etwa einhundertstel. Es sind etwa 100 Haare am Tag, die ganz normal ausfallen und in etwa die gleiche Menge von etwa 100 Haaren am Tag werden sich auch beim gesunden Haar wieder neu bilden. Alles ist im Gleichgewicht. Wenn nun ein großer Stressor eintritt und das ist meist ein sehr deutlicher Stressor, also für mehrere Tage oder gar Wochen ein Stressereignis, gehen viel mehr Haare von der anergenen Wachstumsphase in die Telogene Ruhephase ein. Was sind nun die Folgen davon? Interessanterweise erstmal sieht man gar keine Folgen. Also nach diesem Stressereignis werden ihre Haare sich nicht dramatisch sofort verändern. Es sind immer noch etwa 10%, die in dieser gleichmäßigen Ruhephase sind. Aber gleichzeitig sind jetzt diese 50% zusätzliche Haare alle in der Telogenphase. Jetzt vergeht Zeit, meistens zwei bis drei Monate und oft ist das auslösende Ereignis schon längst wieder vergessen. Dann geschieht es. Massiver Haarsfall, plötzlich Telogen-Effluvium. Diese Auslöser, was können das welche sein? Also natürlich psychischer Stress, meist sehr starker psychischer Stress, also Verlust von nahen Angehörigen, Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch völlig andere Stressoren, wie zum Beispiel Krankheiten, Viruserkrankungen, Operationen, hormonelle Veränderungen, Änderung von Verhütungsmitteln, Schwangerschaft und Geburt, auch Autoimmunerkrankungen oder hormonelle Veränderungen, zum Beispiel Schilddrüse oder auch Wechseljahre können das auslösen. Überlegt euch etwa zwei bis drei Monate vorher, gab es da einen bestimmten Auslöser und wenn ja, ist dieser Auslöser beseitigt und kann man das klar zuordnen. Oft ist das der Fall und natürlich gilt es dann so gut es geht, diesen Auslöser in Zukunft zu vermeiden. Dieser Prozess ist normalerweise beschränkt. Er dauert etwa so lange an, wie der Stressor angedauert hat. Also hier in dem Beispiel hatten wir gesagt etwa drei Wochen Stress. Der Haarausfall an sich wird auch etwa meist in den meisten Fällen drei Wochen andauern. In diesen drei Wochen kann der Haarausfall sehr beträchtlich sein. Wenn 50.000 Haare, also etwa die Hälfte ausfallen, innerhalb von drei Wochen, das sind etwa 2500 Haare am Tag, also das 25-fache. Das Haar fällt wirklich aus wie verrückt. Die gute Nachricht ist, dass das Haar nicht komplett ausfällt. Es wird dünner, aber es wächst auch wieder nach. Allerdings kann das Wochen, Monate oder teilweise Jahre dauern, je nachdem natürlich wie lang das Haar auch war und wie stark der Stress. Und eine wichtige Frage von Patienten und auch häufig von Kollegen ist, steckt da eine Krankheit dahinter? Also eine unerkannte Krankheit. Der Beginn hier wäre auch einfach eine ganz allgemeine Untersuchung. Und hier ist eine Untersuchung von meinem Hausarzt zu empfehlen, der einfach genau weiß, was sind die, was ist die Ausgangssituation? Wenn man schon mal dort ist, sollte man natürlich auch alle Screening Untersuchungen machen, die empfohlen sind. Also beispielsweise Brustkrebs, Darmkrebs, Gebärmutterhalskrebs, wenn bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, ganz unabhängig vom Thelogen-Effluvium. In manchen Fällen können natürlich auch Bluttests sinnvoll sein, besonders wenn andere Symptome auftauchen und bestimmte Warnzeichen, zum Beispiel eine Untersuchung des Schilddrüsenhormons, der Schilddrüsenhormone, ein Test für Entzündungswerte, wie zum Beispiel das C-reaktive Protein, CAP, von Eisen speichern. So wie für ein Eisenmangel, sowie auch Anzeichen chronischer Entzündung kann sinnvoll sein. In manchen Fällen, in seltenen Fällen, kann auch eine Autoimmunerkrankung hinter dem Thelogen-Effluvium stärken und dazu habe ich weitere Videos, was andere Warnzeichen von Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Lupus, sind. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mehr Videos wollt, bitte lasst es mich wissen, schreibt mehr und das Thema, was ihr wissen wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.